ja halli hallo und herzlich willkommen zu einem neuen minecraft let's play und ja wir waren gerade dabei unser Feld noch ein bisschen zu bestücken und dazu tun wir Rasenmähen denn von Rasenmähen haben wir gelernt bekommen wir Seeds so kurze Nebeninfo ich benutze eigentlich keine Mods zurzeit Mods 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 wie auch immer weil ich einfach gerade kein Bock habe irgendwas zu installieren weil es so bald wieder ein Update kommt und dann nichts funktioniert ich kann eigentlich ohne Mods ganz gut spielen Texture Pack und das passt weil ich ehrlich sagen muss wenn ich jetzt wirklich mit dem originalen Texture Pack von Minecraft selbst spielen würde würde ich Minecraft oder spielen müsste würde ich Minecraft nicht spielen denn ich mag zwar Pixel Pixel sind schön aber die original die original Graphics von Minecraft sind doch echt ja damit mache ich mir den Arsch nach dem Kacken sauber und dann schmeiße ich sollte in Toilette und spüle es runter aber da wirklich dauerhaft damit was zu machen das ist das würde ich auf Klopapier Briefe schreiben meiner Meinung nach ich beachte ich achte die Leute wirklich sehr die mit diesem originalen Texture Pack so gesagt spielen das für mich die haben meinen vollsten Respekt denn das ist doch echt komplett die Härte oder wie seht ihr das ja ich sehe das halt so zack 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 ach ja außerdem wollten wir auf Optionen auf Normal stellen so damit wir es auch etwas aufregender gestalten dieses Spiel aber ich habe immer noch zu wenig verflucht ich habe hier übrigens gefällt nein warum das macht man das habe ich mal einmal noch mit ich sage Sch�들 zack 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 ne fehlen tue ich nicht so gerne aber dass passiert ich ich habe nicht ah das ist lol dass das wirklich verschwendete Platz wenn ich das hier so lassen würde es war echt dumm einfach nur dumm oh es wird finster das mag ich nicht ich mag es nicht gut aber da wir jetzt ja auch schwierigkeitsgrad normal spielen und monsters bauen kann bauen wir hier noch schnell den zaun wieder fertig dass sie uns hier nichts kaputt machen also hat es anfangs doch gepasst wie es gebaut hatte ich habe mich im nachziehen und verziehen ist es und hepper ist ganz klar schnell rein in unser traumhaus das so wunderschön ist und so einen schönen boden hat habe ich mich schon ein schwert gekraftet ich glaube nämlich auch nicht das heißt ich muss jetzt aufpassen aber hier brennt doch alles was hast du denn für sorgen hey 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 Clay, what's up? ne ne ich will wenigstens ein unendliches Wasser zusammen bekommen komm hey Arschloch was ist denn da los? ja ich glaub's ja ich glaub's komm schon I fell on up check das ist cool das funktioniert oder? ok ach so das ist die Hacke genau die sieht nämlich aus wie ne Schaufel und man kann sich da schnell mal schwer tun in diesem Texture Pack weil eben die Schaufel hier ziemlich witzig aussieht was ist denn das mein Scheiß? mein Eimer ist verpackt oder was? so und so so jetzt passt so können wir hier noch ein paar Samen anpflanzen hepper und jetzt gehen wir wieder rasen mähen heppi 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 he Oh, so schön ist das Rasen nähen. Hat natürlich alles den Vorteil, da ich irgendwann mal Feld vergrößern werde, natürlich. Ich lasse es am Anfang noch ein bisschen kleiner, dass ich eben schneller und ein bisschen essen komme. Und später dann, wenn ich halt denke, ja, ich habe nicht immer so Bock, dass ich die ganze Zeit immer wieder Getreidefarm gehe, mache ich das alles auf alles. Na so. Und es steht eine Fackel. So alleine. Ach, ich sehe schon, was wir hier alles bauen können. Das wird nice. Es ist zwar hier ein Sumpf und ein Schneegebiet in der Nähe, die ich beide nicht so toll finde, wenn ich ehrlich bin. Aber ist ja egal. So, wenn ich hier noch ein Stack habe, dann reicht es von Anfang. Mehr will ich wirklich nicht. Also ich brauche nicht mehr, darum geht es vor allem. Aber ich habe schon gesehen, dass hier ist wieder mal eine Schafwelt. Wahrscheinlich auch eine Schweinewelt. Aber Schweine sind unnötig, solange ich noch kein NPC-Budorf gefunden habe. Denn seitdem diese Updates jetzt mit Karotten und Kartoffeln und Zeug können Schweine nicht nur von Getreide schwanger werden, sondern von Karotten. Also passt auf, wenn ihr Karotten esst oder normales Brot, denn es könnte passieren, dass ihr ein Kind bekommt. Ja, besonders wenn gerade eure Freundin auch Brot isst. Uh, das ist wirklich ein ein Fun-Faktor, also ein ein Lust-Faktor. Scheiß aufs Vorspiel, wir essen Karotten. Hm, Karotten. Ich sollte das Sprinten unterlassen. Dann muss ich jeder auch über. Ich finde das hier so geil mit dem Fluss hier. Das ist doch echt Hammer. So gesagt, ich bin auf einer Halbinsel und komme nirgendwo hin. Hm. Aber ich glaube, ich hatte in der Bonus-Truhe ein paar Epfel, oder? Ich glaube, ich hatte Epfel. Muss ich dann nachsehen. Sonst mache ich es klassisch. Oh, das Mini funktioniert klassisch. Johohohoho. Johohoho. Ich töte mich. Wenn ich jetzt mit der Hacke nicht auskomme, ich schwöre euch. Dann habe ich, das ist irgendwie uncool. Ich glaube mal, es geht sich auch ganz knapp nicht. Mann. So. Aber ich komme eh mit den Samen auch noch nicht zusammen. Also ist eigentlich scheißegal. Das mache ich dann einfach das nächste Mal, wenn ich ernten gehe. Ach nee, jetzt habe ich genug Samen auch noch. Fuck. Dann gehen wir an eine neue Schaufel, äh, äh, Hacke. Holen. Gillian. Ja, ich habe auch vor, dass ich jetzt laufend Hauserweiterung mache. Ich finde es nämlich immer so nett, wenn man nicht von Anfang an geiles Sachen baut, sondern die immer einfacher weiter. das macht mir man noch ja es ist in acht Äpfel das macht mir Spaß traurig nie das ist Hacke ja ich hab schon gesagt es schaut alles gleich aus und jetzt sollten wir essen ach dann noch nur komplett weg ist es sind einfach wieder voll 9 Tintenfische sie wollen mich essen jetzt zum Beispiel sonst wird es mir einfach zu zart jetzt warten wir noch einen Hungerpunkt ab damit uns hier der Apfel nicht so kack verloren geht ich müsste jetzt eigentlich auch genug Seeds haben ja das geht sich schön aus ganz leicht und somit ist das Feld jetzt mal vorerst fertig und benutzen den restlichen Tag noch zu ja ja oder mal mal erkunden hier was haben wir hier? mehr ne fuck geil können wir hier so ein Küstendörpschen machen wie nice und hier geht es in den Dungeon oder auch nicht dann gehen wir hier hoch hier ist sandig und erdig oh mein Gott die ewige Weide des Verderbens Dungion okay ja 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 yes nice nice Dungeon nett 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 oh fuck oh fuck 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 den kriege ich mit der Axt stirb du Kartoffel Kartoffelkopf ha 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 leg dich nicht mit meiner Axt an zwei Kartoffelköpfe oha gut hier ist ein Dungeon den ich fahre jetzt zu abschließend sonst bringen mich die Kartoffelköpfe ja Kartoffelköpfe zack zack so ich hab schon wieder ein bisschen oh 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 ich komme fuck nice und da drüben ist sogar schon Lava und fast Obsidian ist das nice ist das geil ich hab's euch am Anfang gesagt am coolsten finde ich es wenn ich eine Dungeon finde denn das Erkunden das liegt mir am besten da hab ich einfach die die meiste Freude hab ich am Erkunden werdet ihr dann auch noch sehen wenn ich mal Erkunden darf aber bevor wir Erkunden nehmen wir hier mal das Eisen mit eigentlich wollte ich ja einen Wald suchen um Holz zu farmen aber wenn man sowas findet kann man sich eigentlich die Erze oder Bauteile die man braucht eigentlich auch schön mitnehmen ne so ja nein Gravil aber hier ist kein Gravil haben wir hier noch Eisen ja und hier noch mehr Kohle so jetzt geht die Spitzhacke kaputt aber ich glaube ich hab noch eine zweite mit habe ich eine zweite mit habe ich keine zweite mehr mit ich glaube ich hab noch die zweite mit ja da gibt es ja die gibt es ja auch einen Mod wo man zu Zoomern kann und so und sich das Zeug automatisch reinlegt wie heißt es ich glaube es sind zwei unterschiedliche aber einer davon als glaube ich so ob die fein oder so ne die Kartoffelköppe stirbt Kartoffelkopf stirb fuck ich esse sein Fleisch nom 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 so lecker hallo spinne du willst mir doch nichts böses aber ich will dir böses ja ich erst mal normalen apfel was ist es finster das eisen mich aber trotzdem noch mit wo habe ich es gesehen irgendwo hier habe ich jetzt gar nicht gepeilt ja die kohle ist weg darum habe ich auch noch was noch mehr 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 ich will mehr haben noch mehr ich will noch mehr facet oder ist ja noch ich brauche mich da einfach schnell mit dort hoch ist ja egal das heißt was das heißt dass dahin schon dann schon dann schon dann schon dann 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 sind dann schon dann schon dann schon dann schon und maaas kohle und hinter kohle ist noch eisen i am just a lucky guy and i like it und mehr eisen noch mehr eisen ja mehr eisen habe ich den 15 eisen weiß auch ah ok wie bin ich denn hier reingekommen hier mädie ich leichte noch ein bisschen aus wenn ich dann wiederkommen dass hier nicht so viele monsters herum spuken da oben hängen wir auch noch eine fackelin und den rest holen wir uns beide da bin ich denn überhaupt keine ahnung ein enderman guckt mich böse an da drüben sieht es geil nach wald aus das merke ich mir auch genau hieb nicht rein oh fuck oh der hat einen verzauberten bogen dann könnte er aber tropfen oh fuck aaaah neiii ach scheiße das ist mein zeug das hole ich mir jetzt noch ach scheiße war so klar aber ich wollte einen verzauberten bogen haben so war denn das jetzt ich hoffe dahinten ich hatte so viel eisen mit ach vielleicht hier hinten irgendwo auf irgendeinem hügel auf dem da oben vielleicht ach scheiße es geht mich jetzt an hier ist ein pfeil hier bin ich noch nicht vorbeikommen oh mein gott der hat eine goldrüstung an fuck so was habe ich jetzt noch keine chance ah hier nice da bist du hier hin bis hierhin habe ich alles verloren ach halt zum maul ich bin doch nur mehr zeug du arsch es ging zwar doof aber ich verstecke mich in dem dungeon vor monstern ach ah fuck ich glaube das leuchtet okay wegen einer fackel von mir ich weiß schon wo ich bin arschloch ja ich hau dich mit meiner steinhacke fuck 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 mario oh no sieht ein bisschen bescheuert aus oh nein 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 ok 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 jetzt schaffe ich es oh fuck nein ich mag nimmer ich könnte zuerst auf tag warten nein ich will jetzt mein zeug wie red das regt das so auf ich hab gar keinen bock mehr auf minecraft fuck alter scheiß zombie wichser arsch 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 huuuu ich riskier das jetzt fettig fettig ja wo war der dungeon bin jetzt wçi die